Gigi, meine lieben Friends, willkommen zu neuen Naslok-Folge mit Easy. Bevor wir da rein gehen, möchte ich Nemo das Item Magnet geben. Das haben wir nämlich gefunden, irgendwo, wo ist das, da, Geben, das verstärkt nämlich Elektro-Attacken und Nemo ist unser Hidden MVP. So Leute, wir werden heute ein Kate-Date haben und wir lassen nichts anderes. Wir müssen sie heute für uns gewinnen. Du hast wieder keine Tränke gekauft. Ich habe Tränke schon von früher. Wie gesagt, beim Date gegen Kate hat er vorgesorgt. Ich werde dich keine Fehler machen, Leute. Wisst ihr, was er mitnimmt zu einem Date mit Kate? Einen Cake. Ich nehme mir einen Cake mit zum Date für Kate. Okay, Leute, wir haben auch. Ich muss los. Ich muss los. So, ziemlich impressive, würde ich sagen, diese Arena. Wieder einmal. Schaut mega nice aus. Schaut wirklich nice aus. Ja. Sieht richtig sick aus. Sie haben sich da wirklich, sie haben sich aber grundsätzlich, mit der gesamten Umgebung haben sie sich echt Mühe gegeben. Ja. Leute, wir werden mit Totti einfach ein bisschen lieben, weil wir auf ihn vertrauen, dass er uns carryen will. Schaltwapp. Jetzt ist die Frage, was für ein Level die haben, nicht? Oh fuck, ich habe gar nicht Totti im Aufwand. Das ist natürlich... 21. Das ist gut. Das ist gerade richtig Beschäftigung. Ja, okay, das Level ist gut, ja. Klar. Aber... Ist gut oder so. Bold mache auch auch ein wenig damit. Bold. Ruckzug, Jib. Zack. Nessi hat's bald. Nessi hat's bald. Ja, Nessi ist bald Champ, Mann. A little bit... Ich konnte halt Chap nicht aus dem Team nehmen, Leute, weil Chap... I think you are a little bit rechts. So, Leute, was ich jetzt machen wollte ist eigentlich, dass ich Totti nach vorne hole. Oh, ist Totti. Da ist Totti. Totti ist nämlich wichtig. Diese Arena. Ah, jetzt können wir so schön die Wasserfälle switchen. Okay. Es ist gerade nicht so gelaufen, wie ich das angemeinte. Haha. Ah, okay. Alles klar. Irgendwie will ich zuerst gegen die Kämpfen. Das sind alles Leute, diese Freundinnen von Kate, die nicht wollen, dass sie mit dem Falschen ein Date hat. Die wollen mich jetzt zuerst testen. Aber Totti regelt für mich. Totti regelt. Totti macht das. Das ist schon mal nach Hause, Junge. Das war alter. Hätte er zwei Balkenleben gehabt, der das trotzdem machen wollte. Glaub ich. Und jetzt kommt Krebs, der Cousin von Krabi. Der wird sich auch gleich verpüßen, Leute. In 3, 2, 1. Kannst du die Menschen die Cousin sagen? Ja. Oh Gott. Ja. Leute. Es ist passiert. Nessi Level 20. Nessi wird jetzt zu Nessi, Leute. Nessi wird jetzt zu Überbeast. 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 Er nimmt jetzt den Beast Mode an. Er wird jetzt die Fucker nehmen und den Motherfucker. Yes. Oh ja, Leute. Der Moment, auf dem Team Bugs Bunny gewartet hat. Schaut durch diesen Beides an, Leute. Nice. Der ist wichtig in unserem Team. Der ist wichtig in unserem Team. Der ist Chokeslam. Yes. Was ich bis heute nicht verstehe, wo der Wasserflug ist. Das geht mir nicht den Komplern. Das ist mal absolut keinen Sinn. Nein, gar nicht. Wasser Drache wäre es nicht. Ja, Wasser Drache wäre genial gewesen. Aber Pokémon hat es mal wieder drauf, ne? Ja gut, aber dass sie, dass sie, dass sie da nicht drauf kommen nach neuen Acht Generationen. Ich werde mir jetzt kurz noch die Fähigkeit anschauen, weil, ob wir, äh, Bedroher haben. Ja, wir haben Bedroher. Ha. Okay, die können sich alles verpissen, man. Die können sich alles verpissen, man. So, Leute. Ich werde das einfach aktivieren. Und über die werde ich jetzt aktivieren. Sag einfach. Yeah. Hier kommt die neue deutsche Welle. Deutsche Welle. Zehn Jahre zu spät. Ich habe das Lied damals so gefeiert. Ich will den Sie lassen. Nein, das war halt zu der Zeit, wo Flare noch so richtig, so. Ja. Sohn, so ein. Er war ... … wo Flare noch den Flare hat, hehe. Nein, das, das gar nicht. Aber er war halt zu der Zeit, weil es nicht sterren RIFLs ist, war einfach, dass es so richtig bummelig war. Mhm. Aber Totti, Leute. Totti ist hart am husteln hier. Primo Reich. Also, die ganzen Möchtegern-Fischer haben keine Chance. Also, Totti ist unbeeindruckt. Er ist ein motherfucking Badass. Er ist absolut unbeindruckt. Er denkt sich so, okay und wann kommt jetzt mein Gegner? Oh Leute, Kamehameha kommt. Sie könnte vielleicht die Weiterentwicklung von ihm haben. Könnte sein, ja. Und das könnte gefährlich ausgehen. Kamehameha. Diesmal werde ich mir auf jeden Fall, falls es so eine Dynamax kommt, meine aufsparen. Also ihre Freunde sind ziemlich eifersüchtig, habe ich das Gefühl. Hab schon ein Gefühl drin. Das schon ein bisschen. Was ist da unten auch was? In der Frühling, oder? Ah, hier haben wir auch was. Soll ich das betätigen? Ja, wo ist das? Glaubst du? Ja, damit der Gelb oben weggeht. Das war gerade den. Nein, komm ich zum Blauen nicht mehr, oder? Ich bin drittig in mein Ding hier. Ohja. Jetzt haben wir... Ah, da schau mal. Rechts. Nein, jetzt müssen wir wieder. Rechts, Alter. Wo? Geh rechts. Ah, das ist eine Stiege. Ha, LOL. Blindheit lässt grüßen. Okay, das war nicht so schwer jetzt. Wenn man ein bisschen punch out. Ein bisschen. Okay, Leute. Es geht los. Das Date geht los. Boah, lustiger. Ich bin gespannt wie die Arena ausschaut. Ob der auch so ist. Ich mache es alle. Okay Leute. Kate wartet schon auf mich. Ich bin gespannt. Sie entschuldigt sich selber. Sie steht auf mich wieder. Ich merke es. Ich merke es richtig ab. Boah, Digga, wie die geht das. Wie du gehst. Wie du stehst. Wie du dich bewegst. Alles klar, Leute. Jetzt wird es ernst. Jetzt machen wir keine Faxen mehr. Easy, was sagst du, wie viele verlieb ich? Pokémon. Was hast du? I don't know. Ein Pokémon? Ja. Okay. Die Mucke gefällt mir extrem. Ich fühle jetzt. Oho. Der hat durchgehalten, Alter. Er macht gar nicht so wenig. Also es war zwar ein Quitter. Aber es war zwar ein Quitter. Ja klar. Was kommt jetzt? Pituda. 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 Oho. Okay. Oho. Oho. Shit. Oho. 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 Shit. Von? Von? Von Kamehameha. Von Kamehameha. Wie gespannt? Oho. Digger. Das ist richtig geil. Das ist echt cool. Ich werde jetzt mal heilen, Leute. Ich habe keinen Bock für mich trotzdem zu verlieren. Und sie wird jetzt sicher deine Maxen. 100%. Ja wahrscheinlich. Oder die machen das nicht, wenn du es nicht machst. Denkst du? Denkst du? Denkst du? Denkst du? Ich bin gespannt jetzt. Bam. Dieser Geschrei am Anfang. Der ist voll wahr. Der ist so heftig. Oho. Oho. Rart dass er das überlebt hat. Soll ich mit Totti Dynamaxen? Der mit dem sonst? Wenn du jetzt austauschst, wenn du jetzt austauschst und der kritet oder irgendwas. Aber denk ich noch einen Hit, wenn ich Dynamax. Das ist wahrscheinlich. Keine Flora. Leute. Totti wird zum ersten Mal groß. Was? Okay, holy shit. Jetzt wird's heftig. Tanken wir den Hit. Warum greifen wir nicht da? Alter. 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 Wow. Wow. Bruder. Totti ist ein Fies, Mann. Nice. 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 Er hat aber knapp überlebt, ne? Das war nicht scheisse knapp. Also okay, jetzt hat's drauf. Ja. Holy shit war das knapp. Holy shit war das knapp. Holy shit war das knapp. Das war so. Grasmixer. Alter. Du mit deiner Theorie, Alter. Das ist nicht Kanon, oder nicht? Warum? Ja, aber das bringt uns doch nichts. Das bringt uns jetzt nicht. Ah! Flot, Flissi hat noch ein Vogel. Das wär heftig. Ja. Ja. Der zweite Mariana Laden. Ja. Ja. Aber das war jetzt wirklich knapp. Ja, das war echt. Es war harscharf. Ich muss noch mal ein bisschen schauen, wie viel Leben er überlebt hat. Ja. Obwohl, jetzt hat er ein Level abbekommen. Das heißt, wir müssten wahrscheinlich so ein paar Kilometer zu zählen. Ja, stimmt. Oh mein Gott, war das knapp. Ja, ja. Schütteln, meine Hand. Schütteln. 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 Ja. Ich muss das mit die Arena ordentlich gemacht haben. Feuer Arena. Garados ist da. Garados ist da. Lampi ist da. Weapon. Na ja, die kommen jetzt nicht zum Leben. Wasser in die Form haben wir erhalten. Das ist cool. Achso, ist das nur für den Kampf? Ja. Jetzt bin ich gespannt. Achso, das ist wieder Folge. Wir sehen es dann im... Ja. Im... Replay. Schau mal, ob dieser Wasser... Dieser Wasser Ding, äh, 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 äh... Seid dabei beim, äh, Essen mit Olivia.